Herzlich Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei RetroCampbell. Heute ist es Montag und ich spiele Mech Arena und will sagen, wir starten sofort. Allerdings montags gibt es kein Wettbewerb. Also mal schauen, was wir spielen. Viel Spaß. So, ich werde drei Runden Zweiken 2 spielen und ja, ich muss mit dem Panda spielen. Das war das neue Quest. Gewinne drei Runden mit dem Panda und was war er noch? Ah, ein paar Quäste mit dem Panda halt. Zuletzt war es mit Hemlock und jetzt mit dem Panda. Ah, gestert. Na gut, aber egal. Geht's weiter mit. In here. Voll daneben geschossen. Ah, das war ja klar. Zack, weg mit denen. Ah, schade. Nur mal mit dem Panda losziehen, denn wir haben ja die Quest. Upsa. Die Spritzer gehen sogar durch das Schild durch. Ich hab dir nicht gedacht, dass sie ja durchgehen. Ich dachte, das wird abgewehrt. Erstmal mit dem die Spritzer wegschießen. Mit die Schleimkanone, wie die heißt. Nehmen wir den hier. Oh, ich hab mich erwischt. Okay, ich bin oben. Zack, er ist weg. Ah, Mist. Verloren. Verloren. Ich bin noch nicht mein MVP. Ist das ärgerlich. Zweite meisten Kills. 0, 0. Warum hat er 0, 0 gemacht? Egal. Warte geht's. Viel Spaß. Okay, und die nächste Unge geht los. Wir starten natürlich gleich mit dem Panda zuerst, wie immer. Was heißt, wie immer. So wie jetzt so. Ne, die Quest. Laufen wir mal nach vorn. Ich wurde gesichtet. Aha. Da haben wir den ersten. Warum ist der in AfKar? Das kann er auch nicht mit mir machen. Das kann er auch nicht mit mir machen. Nein. Nein, 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 nein. Okay. Schnell nachladen, verstecken. Jawoll. Das war nice. Ich muss weiter mit dem Panda spielen. Er ist immer noch AFK. Von mir aus kann man auch 0-0 spielen. Ah, gut, 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 gut. Meine Frau schreit. Ach, Mensch, das gibt's doch nicht. Jetzt verliere ich noch. Jetzt verliere ich noch. Ja. Dann geh mal auf. Oh. Ja, da. ich muss gleich mal nach der runde im wohnzimmer gehen aber sie freut sich sie schreit und freut sich ok der stall Baiter dahint und all. Okay. Jetzt hat er mich erwischt. So. Okay. Schnell mal die Bewertung anschauen und dann mal im Wohnzimmer rüber gehen. Und schauen mal, ob meine Frau so scheint. Um diese Zeit. 8.30 Uhr. Ja, eine Goldmedaille. Die meisten Kills. Oh, schön. Fünf Aufgaben fertig. 10.00 Uhr. 2.00 Uhr. 4.00 Uhr. Okay. Nice. Also dann. Bis gleich. Ich sage mal die dritte und letzte Runde für heute. Starten wir mal das Spiel. Ich fange natürlich mit dem Panda wieder an. 20.00 Uhr. 20.00 Uhr. 20.00 Uhr. 22.00 Uhr. 23.00 Uhr. 23.00 Uhr. Ah. Ich wusste, dass er da rankommt. Ich wollte gerade weglaufen. Warte mal, wir haben den heute noch nicht gehabt heute. Ich glaube, jetzt haben wir schon alle gehabt. Ich habe ihn noch getroffen. Habe ich noch getroffen. Hat aber nicht viel gebracht. Schade. So, dann wieder mit dem Ponto. Ich glaube, auf Leid hast du gedrückt nichts gemacht. Du musst noch mal dreimal draufdrücken, was du hast. Naja. Schnee. Ja. Die Runde wird nichts. Gar nichts. Ich brauche drei Siege mit dem Panda. Ich brauche drei Siege mit dem Alright. Veränderer sind... Nein, sind es Veränderer. Troffen, ja wohl. Veränderer sind... Das war's. Verloren. Mal wieder. Eine Niedelage. Auch kein MVP gewesen. Leider. Aber eine Goldmedaille. Zwei Assistenz. Das heißt, ich habe wieder eine Quest fertig. Dann sind meine Dailies für heute alle fertig. Habe ich mein Ziel auch erreicht. Irgendwann die Dailies am Tag. Also mein Ziel ist es eigentlich immer, wo die Dailies am Tag fertig zu kriegen, wenn ich da noch ein bisschen Zeit habe, spiele ich noch ein bisschen so nebenbei. Okay. Ansonsten war es das mit dem Tag dann auch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gleich noch ein bisschen was spiele. Keine Ahnung. Aber er war cool. 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 Gut. Also dann würde ich mir sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.